Ich meine das ernst, ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich fürchte Schlimmes. Ich fürchte Schlimmes. Ich meine, vor kurzem war ja die Sache mit Gronkh. Ja, da er sich halt über diese eine Moderatorin da, irgendwie hat er die zitiert, also repostet auf Twitter und dann da was so geschrieben. Ich traue mich nicht. Das wird grausam. Aber gut. Ich habe Verseilen. Ich bin Kumbit-Ready. Okay. Gronkh ist der Teufel. Ich bin gestern bei Stay wegen einem Tippfehler gebannt. Hast du Sieg Heil statt Sieg Geil geschrieben oder was? Das kann ich dann sehr gut nachvollziehen. Ist mir vorhin erst passiert, ja. Guck mal. Derjenige, dem das noch nie passiert ist, der möge den ersten Stein werfen. Ist das nicht genau das? Sowas ist eigentlich viel zu selten. So lustige Wortspiele und so weiter. Kleiner frecher Spruch und so weiter ohne irgendwelche politischen Inhalte, ideologische Inhalte und schon wirkt er sympathisch, ne? Was Gronkh gerade widerfährt. Also was Gronkh gerade widerfährt ist, dass sich Gronkh ein bisschen flüssig einscheißt, weil irgendein Moderator von einem Chat oder von einem Streaming-Kanal, der so wirklich keine Bedeutung haben sollte für Gronkh, ihn rechts genannt hat. Also Gronkh scheißt sich mit Sicherheit nicht ein. So viel Impact habt ihr nicht, Freund Sahne. Zweitens, es ist nicht, weil irgendein komischer Kack-Moderator von irgendeinem Kack-Streamer irgendwas über Gronkh geschrieben hat. Nein, es geht vielleicht eventuell seit Hogwarts Legacy quasi durchgehend immer wieder auf Gronkh. Immer so quasi als Running Gag, so im Nebensatz, plus den ganzen Shitstorm durch Shoryoka und Co. Und ein Gronkh. Ich verrate dir mal was, lieber Karl. Gronkh hat zwar eine viel höhere Reichweite als du oder weiß nicht, Dara oder wer auch immer dieser Streamer war, der besagte 400 Viewer-Streamer. Aber er hat trotzdem immer noch denselben Twitter wie ihr und wie wir alle. Denn es ist das gleiche Twitter. Der ist da drauf, der sieht genau das, was du auch siehst. Und der sieht genau dieselbe Scheiße, die du verzapfst, die deine Leute verzapfen, deine Viewer, deine Moderatoren, deine Streaming-Kollegen. Der sieht das. Und Gronkh ist tatsächlich ein Mensch. Und was erwartest du, dass er die Fresse hält, dass sich alles gefallen lassen muss von irgendwelchen Toll-Idioten, die so eine Scheiße schreiben? Ihr könnt froh sein, wäre ich Gronkh. Ich hätte meine Reichweite dazu genutzt, euch alle mal so richtig zu exposieren. zu debunken, zu zeigen, was für Vögel ihr seid. Und an diesem einen Satz, Gronkh ist rechts, wird sich jetzt seit zwei Tagen, seit drei Tagen flüssig eingemacht. Ja. Richtig. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem, dass man das jetzt behandelt? Von einem Moderator, der sich... Von einem Moderator... Von einem Moderator eines Streamers, der sich der radikale Demokrat nennt. Ich hab ja schon mal gesagt, ihr Streamer, ihr moderiert euren eigenen Scheiß-Channel nicht. Und vor allem habt ihr Moderatoren, die selbst moderiert gehören, dass die überhaupt den Mod-Posten innehaben dürfen. Das ist... Das ist Heidi beängstigend. Moderatorin, ja. Moderatorin, Entschuldigung. Ziemlich... Drauf geschissen. Ziemlich rechts, Digga. Ja, stimmt. Ziemlich rechts. Ja, weil er Shurioka kritisiert hat. Dafür, dass Shurioka die ganze Zeit Gronkh kritisiert hat. Dass man das immer so halt so auf... Nein, das ist so. Aus dieser einen Richtung kommt der Zug und nur in eine Richtung fährt er. Dass es zwei Züge gibt, in beide Richtungen und so weiter. Dass es ein Geben und Nehmen ist und so weiter. Dass es eine Wechselwirkung haben muss. Oder seht ihr Gronkh noch irgendwo in irgendwelchen 400 Viewer-Streams rumhausieren? Und so, guck mal da. Der hat das geschrieben, die hat das geschrieben. Und da ist der noch irgendwie, der was gesagt hat. Null. Komisch, oder? Muss ja irgendeinen Grund haben, warum selbst ein Gronkh langsamer aktiv wird. Das habt ihr nämlich geschafft. Das ist schon echt witzig. Wenn es nicht so traurig wäre. Wenn es nicht so traurig wäre. Ja, das, was ihr macht, ist sehr traurig, Kai. Das führt dazu, dass jetzt die bürgerliche Streaming-Welt nichts anderes zu tun hat, als den ganzen Tag rumzuerzählen, dass ja linke Meinungen nicht anschlussfähig seien. Das ist doch keine linke Meinung. Das ist scheiß Geblubber. Von irgendeiner wannabe-para-linken Bewegung. Ihr seid nicht links. Ihr seid verkappte Faschos seid ihr. Unter dem Deckmantel links zu sein. Unter dem Deckmantel was Gutes tun zu wollen. Seid ihr verkappte Faschos. Mehr ist das nicht. Und weniger ist das auch nicht. Und dass ja alle Linken sie nicht mehr alle haben. Ja. Wegen dem Satz, Gronkh ist ziemlich rechts. Dass das überhaupt Beachtung findet von jemandem wie Gronkh, ist ein Armutszeugnis. Was? Nochmal was? Dass alle Linken sie nicht mehr alle haben. Ja. Wegen dem Satz, Gronkh ist ziemlich rechts. Dass das überhaupt Beachtung findet von jemandem wie Gronkh, ist ein Armutszeugnis. Aber du möchtest doch Beachtung finden, selbst bei jemandem, der nur 40 Viewer hat, wenn es doch darum geht, Talk Wars Legacy zu boykottieren oder nicht. Da ist die Größe auf einmal nicht mehr so relevant. Da geht es nämlich nur um den Inhalt. Aber wenn Leute, 400 Leute in einem Stream sind und der Moderator haut so eine Scheiße raus über einen Gronkh und Gronkh äußert sich dazu nur, dann ist das Geheule groß. Ich frage mich, wer sich gerade einscheißt. Das nervt nur noch. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, wie fragil man in seiner eigenen Werteempfindung sein kann, um das überhaupt ernst zu nehmen. Ich frage mich, wie fragil man sein kann, dass man sich so richtig flüssig einscheißt, wenn es darum geht, Leuten zu erzählen, die müssen irgendein fucking Videospiel boykottieren. Und dann sagen die Leute, nee, mach ich nicht. Und dann gibt es Hassrates. Und dann werden Namen gedockst. Dann werden irgendwelche Memes erstellt und auf Twitter rumgereicht. Dann werden Leute gehetzt. An den Pranger gestellt. Streams werden abgebrochen, weil irgendwelche Streamerinnen einen Heulkrampf kriegen, weil sie den ganzen Druck nicht standhalten. Dann gibt es ein extra Detecting-Tool. Welche Leute, denen du Volkshock Wars Legacy spielen. Und dann kommt ihr mir an, von wegen fragile Persönlichkeiten. Ey, ihr müsst mal echt in Therapie gehen, das ist so nicht normal. Und sowas darf frei rumlaufen. Die ganzen Listen, ganz genau, diese ganzen Listen. Kontaktschuld. Es gibt Leute, die sagen, hier, Jungfelsalat. Hab ich nie was von gehört, von diesem komischen Kasper. Ich geh da erst mal rein, gebannt. Warum? Weil ich Hogwarts Legacy spiele, ja? Ja, wirklich. Die armen Transmenschen, die können doch wirklich nicht. Halt die Backen. Spacken, ey. So, wie kann man sowas denn überhaupt ernst nehmen? Ja, wie kann man euch überhaupt ernst nehmen? Indem ihr eure Reichweite nutzt und die Leute tyrannisiert. Deswegen muss man euch ernst nehmen. Weil ihr so klein wie ihr seid eine richtig große, laute Fresse habt. Und Hass, Lügen und Hetze verbreitet. Wo man nur guckt. Und dem muss Einhalt geboten werden. Ich verstehe das nicht. So läuft die Berichterstattung darüber, gefühlt. Das glaube ich dir. Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Die sind komplett, die sind alle am Durchdrehen. Es gibt Artikel darüber. Du musst dir das vorstellen. Haben wir schon mal über die ganzen Artikel geredet von Dara? Und diese Aufklärung über den ganzen Frauenhass? Diese Misogynie? Und die ganze Scheiße? Und diese ganze Transfeindlichkeit? Und alle sind rechts? Aber das findet keine Erwähnung bei dir, ne? Da gibt es unabhängige journalistische Medien, die Artikel darüber schreiben und dann auch noch lügen. Und dann gibt es 100.000 Statements, weil eine Moderatorin geschrieben hat, Gronkh ist eh ziemlich rechts scheinbar. Das ist der Satz. Ne, weiter. Lies mal weiter bitte den Satz. Komm. Nicht nur einen Teil des Satzes raushauen. Gronkh ist eh ziemlich rechts scheinbar. Weil... So krass, wie er gegen Shuyoka gehetzt hat. Er hat gegen Shuyoka gehetzt. Er hat die fucking Wahrheit gesagt. Ne Meinung sagen, die Wahrheit sagen, ist also Hetze? Und dem soll ich, da soll ich irgendwie Mitgefühl haben, wenn er rumhäut, dass er in Therapie ist? Ich hab Mitgefühl für den Therapeuten. Ja. Schwierig nach dem KS-Outing, dass sechs Monate wöchentlich auf der Couch liegt und das dann noch länger. Aber da würde ich ihn ganz persönlich umgehen. Der Teufel ist weibwasser. Angeschossen und mental auf der Bahn geworfene Menschen. Das ist meine persönliche Welt. Heiliger Boden. Eigentlich ja. Aber wenn du dich dann tatsächlich, wenn du in Therapie bist und dann sagst, ja, ja, aber, 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 dann gehst du auch nicht mehr an die Front. Wenn du als Soldat aus dem Krieg kommst, mit PTBS und du wirst Zeit deines Lebens dann behandelt aufgrund dieser Störung, dann gehst du auch nicht mehr an die Front, oder? Dann denkst du nicht mehr dran, irgendwie an die Front geschickt zu werden. Aber Karl geht immer weiter an die Front. Und wer kampfbereit ist, der ist auch bereit einzustecken. Das ist der Satz. Und die Antwort von Gronkh ist, kannst du dir einfach nicht ausdenken, mir ist vor Schreck die Armbinde in den Pudding gerutscht. Die einzige Hetze bei mir ist die von Termin zu Termin. Wollte das jetzt aber trotzdem mal zur Belustigung teilen. At Twitch.de ist sowas eigentlich okay, würde ich gern wissen. Also, wenn wir schon mal dabei sind, was wir gerne wissen wollen, ich würde gern wissen, Gronkh, wo denn der Aufschrei ist von einem der größten, wenn nicht dem größten deutschen Gaming-Streamer, wenn fucking Nazis auf Twitch streamen. Alter, ist das ein... Boah, ist das ein fadenscheiniger Worte-Bautism. Ja, aber warum sagst du das? Was ist das? Nachwies dachte auch mal was. Ach, du scheiße. Okay, pass auf. Seit Hogarth's Legacy wird Gronkh und da und angegangen. Er hat keinen Shitstormer bekommen, er hat keine Cancel Culture erlebt, weil er Geld bekommen hat und so weiter. Die ganzen Anfeindungen, die ganzen Nachrichten und so weiter, die ganzen Ich bin so enttäuscht von dir und so weiter. Das ist ganz alles an Gronkh abgeprallt, weil er hat ja Geld dafür bekommen. Dass es jetzt halt quasi ein Running Gag ist, dass die Leute sich einfach frei auf Twitch äußern dürfen, dass das Gronkh ein Trottel ist, ein unterkomplexer Wichser und so weiter und so fort. Das darf frei rausgesprochen werden. Das sagt Twitch gar nichts. Ich meine, wo kein Kläger, da kein Richter? Ich weiß nicht, ob der Stream von Mango relevant genug ist, dass da genug Leute zugucken, die ihn dann melden. Ich weiß es nicht. Aber Twitch-Partner zu beleidigen, das war früher. Ey, nur daran zu denken, hat dir früher einen Bann eingebracht. Und jetzt können diese ganzen Vollidioten, diese Pseudolink, diese... Wo war ich stehen geblieben? Also, Gronkh kriegt durchgehend immer und immer wieder Schelte von irgendwelchen angeblich marginalisierten Leuten. Den Großteil der marginalisierten Leuten, denen ist das vollkommen egal, ob du ein Scheißspiel boykottierst oder nicht, weil die Lebensqualität von transidentitären Personen, die nimmt nicht ab und die gewinnt auch nicht, wenn du jetzt irgendwie tatsächlich ein Spiel komplett boykottierst. Was ändert das bitte an der Lebensqualität von Transmenschen? Null. Und es ist auch keine Symbolaktion. Es bringt gar nichts. Null. Außer, dass du den Leuten auf den Sack gehst, die einfach nur Bock haben zu zocken. Die ziehst du politisch in deine ideologische Scheiße mit rein, gehst den richtig auf den Sack und dann wundest du dich, wenn du Backlash bekommst. Und dann heulst du rum, wenn irgendwann mal ein Gronkh sagt, weißt du was? Euch volltrottelt, kann man nicht ernst nehmen. Und dann sagst du, aber was ist mit den ganzen Nazis? Was denn für Nazis? Nennen sie doch mal. Was für Nazis? Da musst du die Nazis auch, Herr Gronkh. Wenn Nazis ihre Menschenfeindlichkeit für tausende Zuschauer verbreiten. Guck mal, Karl, du bist kein Nazi, aber du bist genau die Definition vom Menschenfeind, die mir so in den Sinn kommt. Wenn ich das Wort Menschenfeind lese, denke ich, als erstes habe ich da dein Gesicht vor Augen und denke auch sofort an dich. Da würde ich gerne mal wissen, wo der Aufschrei ist. Da würde ich gerne mal wissen, wo Twitch getaggt wird. Und nicht, wenn das eigene, fragile Ego angegriffen wird. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Wer ist denn jetzt Nazi? Jeder, der eine Deutschlandfahne irgendwo im Profil hat oder auf der Tasse oder sonst irgendwo, ist ein Neonazi für dich. Also müsste quasi jeden, der es wagt, eine Deutschlandfahne irgendwo zu zeigen, ein Nazi sein. Jeder, der nicht deiner Meinung ist, ist ein Nazi. Jeder, der Hocko Segesi spielt, ist ein Nazi. Jeder, der sagt, Klimakleber sind scheiße, ist ein Nazi. Jeder ist für dich ein Nazi. Und dann glaubst du mit diesem merkwürdigen Narrativ, in dem du alles in einen scheiß Pot wirfst, damit kannst du irgendwie punkten und argumentieren. Was zur Hölle? Weil eine betroffene Moderatorin in einem Chat mit 400 Average-ZuschauerInnen schreibt, Gronkh ist eh ziemlich rechts. Dazu muss ich eins sagen. Das ist eine sehr fragile Person. Die ist sehr fragil. Ganz ehrlich. Sie ist ja natürlich sicher. Die Perspektive ist entscheidend. Wenn ich mich jetzt in die Position, und ich kann das nicht, ich werde das niemals können, ich kann mich niemals in eine betroffene Person hineinversetzen, ich kann es versuchen, aber ich werde es nicht schaffen. Aber wenn ich das versuche, dann muss ich doch zumindest Empathie genug haben, um zu verstehen, dass da eine Enttäuschung und eine Frustration vorhanden sein könnte, die außerhalb meiner eigenen Vorstellungskraft liegt. Mein Freund, du bist alles, aber nicht empathisch. Du hast keine Empathie. Denn wo ist denn die Empathie für Betroffene, die jetzt nicht nach deinem Narrativ reden? Es gibt genügend Betroffene, es gibt genügend Transpersonen, die sagen, hä? Lass mich doch zocken. Ich habe doch mit der J.K. Rowling nichts am Hut. Ey, die Welt ist groß. Wir haben über 8 Milliarden Leute. Eine J.K. Rowling ist nur ein Sandkorn am Strand. Was juckt sie mich? Sie hat in England keinen Einfluss. Du argumentierst, hier in Deutschland sollen wir auf ein Spiel verzichten, weil eine Frau in England für Gesetzesvorschläge ist, die in Amerika vorgetragen werden. Und das soll uns hier in Deutschland jucken. Das ist triangulierend auf einem ganz neuen Level. Das müsst ihr wissen. Ich persönlich glaube auch, dass diese Hogwarts Legacy und Gronkh-Geschichte größer gemacht worden ist, als sie eigentlich hätte gemacht werden sollen. Ja, durch euch. Danke für den Support. Das war ziemlich gut. Gute Publicity. Das hat dazu geführt, dass der Fokus nicht mehr auf der eigentlichen Thematik liegt. Also es wird gar nicht mehr über Transfeindlichkeit gesprochen. Das war auch vorher null das Thema. Hogwarts Legacy hatte nie was mit dem Thema Transfeindlichkeit zu tun. Bullshit. Das habt ihr dazu gemacht. Ihr habt Hogwarts Legacy zu eurem Spielplatz gemacht. Weil ja irgendwo eine J.K. Rowling, die schon längst das Geld eingesackt hat, für die Lizenzen, die sie verkauft hat. Ob sie Tatien bekommen hat, weiß ich nicht. Die Frau ist milliardenschwer. Die hat für das Jahr 2023 ein geschätztes Einkommen von 50 Millionen. Was glaubst du, was ne J.K. Rowling das juckt? Und über das Entziehen von Rechten für Transmenschen oder queeren Menschen auf... Wir reden immer noch von Hogwarts Legacy, Leute. Das hat dazu geführt, dass der Fokus nicht mehr auf der eigentlichen Thematik liegt. Also es wird gar nicht mehr über Transfeindlichkeit gesprochen. Und über das Entziehen von Rechten für Transmenschen oder queeren Menschen auf diesem Planeten überall... Wollte, by the way, Gronkh. Gronkh hat sich das angehört, eure betroffene Stimme. Er hat gesagt, okay, pass auf, ich habe jetzt ein bisschen was mitbekommen. Ich habe viele Zuschriften. Wir machen das so. Wir machen einen Spendestream. Ich kriege das Spiel umsonst. Das heißt, ich supporte J.K. Rowling nicht. Wir spielen das Spiel. Jeder, der politisch gar nichts will, der keinen Bock hat auf Politik, nur das Spiel will, der kriegt Spielspaß geboten. Alle anderen, die sich mehr für die politische Komponente interessieren, die können auch hier hin. Wir machen einen Spenden-Stream. Wir machen Aufklärung. Zwischendurch, es gibt immer wieder Leute im Chat, die aufklären. Wir können ein paar Chats machen und so weiter, also ein paar Commands machen. Und der ganze Erlös geht an irgendeine Organisation für Transpersonen. Win, 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 win Situation. Und da kommt so eine grenzdebile Schurioka und sagt, das ist aber Ablasshandel. Du kannst auch einen Spenden-Stream machen, ohne Hogwarts Legacy zu zocken. Wo hast du deinen Spenden-Stream gemacht? Du möchtest gern Moralistin. Oder konntest du nicht, weil du auf TikTok wieder moderiert hast? TikTok, nicht TikTok. TikTok. Ja? Wo war denn der Spenden-Stream von einem Dekalent? Wo sind denn diese ganzen Spenden-Streams von diesen moralisch integrieren Super-Übermenschen? Wo sind sie denn? Konnten sie nicht, weil sie damit beschäftigt waren, andere Leute in den Pranger zu stellen, Hass-Rates zu starten, auf Twitter ihre Scheiße rum zu verteilen? Das ist ein schöner Aufmacher, aber ich glaube nicht, dass man sich da jetzt hätte drauf konzentrieren müssen in dieser Art. Und ich denke, dass der Umgang mit der Situation... Ronk hat tausendmal mehr gemacht als jede einzelne dieser Individuen. Tausendmal mehr. Und in zehn oder in hundert Leben werden die nicht mal das zusammenbringen, was Ronk in einem Leben geschafft hat. Und für Betroffene, für einige Betroffenen nochmal besonders schlimm gewesen ist. Und dass man dann eben auch auf der Emotionalität oder der Frustration heraus solche Dinge schreibt. Ich persönlich würde jetzt... Sieben, sechs, sieben Monate nach Hogwarts Legacy schreibst du sowas aus der Frustration heraus, dann hast du ein sehr fragiles Ego und ein sehr großes Problem. Du sollst dich therapieren lassen. Dann solltest vielleicht nicht Moderator in einem Twitch-Channel sein. Heute bist du aber in Form. Ich habe diese Bullshit-Laberei sowas von satt, ne? Diese selbstverliebte, arrogante Ich bin es und ich bin totalitär und ich bin dominant und ich sage, wem wer was zu denken und zu sagen hat. Jetzt Gronkh nicht als rechts bezeichnen. Ich würde den auch nicht als ziemlich rechts bezeichnen. Ich würde den politisch gar nicht einordnen oder zuordnen. Der... Das ist... Das ist er nicht. Der Mann ist nicht politisch. Gronkh ist nicht... Jetzt ist immer sehr ans Herz. Es ist wirklich wahr. Ähm... Und... Und... Ja, aber auch er ist nicht politisch. Da kommt eine Schurioka und sagt, wenn du nicht politisch bist, bist du automatisch rechts. Und dann wundert die sich, dass sie nach Monaten so einen großen Backlash hat. Und dann heißt es, ja, aber ihr seid aber ziemlich frauenfeindlich, ne? Weißt du, ich bin eine starke Frau, ne? Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, diese Misogynie, die kickt ja richtig rein, ne? Und weil ich jetzt, weil ihr ein fragiles Männer, ey Gott, mal halt eine... Bäckchen. Oh, Anna ist Familie. Auf so einen Kommentar zu stürzen, da kann man jetzt natürlich ankommen und sagen, ey komm, man muss sich ja auch nicht alles gefallen lassen und man kann ja darauf eingehen und das ist aber verständlich, dass er sich sowas nicht gefallen hat. Welche Konsequenzen hat das denn? Welche Konsequenzen hat das denn? Wenn eine Moderatorin eines 400 Viewer-Streams schreibt, Gronkh ist eh ziemlich rechts. Glaubst du... Ja. Man... Man... zieht nur den guten Ruf eines sehr bekannten... einer sehr bekannten Person durch den Dreck. Das ist üble Nachrede. Weil diese fragile Person es einfach nicht zustande bringt, zu erkennen, dass eine Shoryoka sehr wohl zu kritisieren ist. Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass das das Meinungsbild nennen würde? Ich finde es fair, dass er das ankreidet, aber erntet Viewer-Streams, schreibt, Gronkh ist eh ziemlich rechts. Glaubt... Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass das das Meinungsbild verändern würde? Ich finde es fair, dass er das... Ach so. Demzufolge kann diese Person auch schreiben, was sie will, weil es ist ja nur ein 400 Viewer-Stream, keinen großartigen Einfluss und so weiter und Gronkh muss da einfach drüber stehen. Der hat hier eine große Community, der kriegt hier immer Subs in den Arsch gesteckt, deswegen muss er da drüber stehen. Der muss ja auch einfach alles gefallen lassen. Da habt ihr einfach einen Freischein. Das ankreidet, aber ist halt unnötig. Ne, ich finde das auch nicht fair, dass er das ankreidet. Ich finde das auch nicht fair, dass er das ankreidet. Ne, finde ich nicht. Soll ich euch sagen, warum? Weil Betroffene auch manchmal einfach Hass in sich tragen, den man dann wegstecken kann. Als... Privilegierter. Ähm... Ich hab das immer mal wieder in der Frage... Was? ...kreidet man an... Viewer-Streams. Schreibt Gronkh ist eh ziemlich rechts. Glaubt... Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass das das Meinungsbild verändern würde? Ich finde es fair, dass er das ankreidet, aber ist halt unnötig. Ne, ich finde das auch nicht fair, dass er das ankreidet. Ich finde das auch nicht fair, dass er das ankreidet. Ne, finde ich nicht. Soll ich euch sagen, warum? Weil Betroffene auch... auch manchmal einfach Hass in sich tragen, den man dann wegstecken kann. Als Privilegierter. Ähm... Nein, Gottverdammt... Du gibst grad einen Freischein. Du gibst jeden Vollidioten, der keine Erziehung genossen hat, keinen Anstand kennt, gibst du einen Freischein. Für sein kleines, verkapptes, faschistisches Gedankengut. Gibst du den Leuten einen Freischein? Bah, bist du widerlich. Bist du ekelhaft, Karl. Bah. Ich hab das immer mal wieder in der Vergangenheit, dass ich, ähm... dass ich Tweets gegen mich bekomme oder dass ich, äh... dass ich beleidigt werde, ähm... oder dass mir irgendetwas vorgeworfen wird, wo ich jetzt denke, ah, nee, muss nicht sein, äh, von Menschen, wo ich dann aber mit einem Mausklick herausfinde, gut, da handelt es sich um Betroffene, die haben vielleicht sogar einen berechtigten, irrationalen Hass gegen, gegen bestimmte Personengruppen oder dann auch gegen mich oder gegen Aussagen oder bewerten das alles ein bisschen drastischer, als ich das tun würde und dann lassen die ihren Frust raus und soll ich euch was sagen, da musst du drüber stehen. Nein, musst du nicht. Musst du nicht. hat man dir... Sag mal, regnet's rein bei dir, Karl? Was ist denn los mit dir? Ist das Käppi zu eng wieder am Sitzen? Was ist denn los mit dir? Nein, was heißt Privilegierte? Müssen sich das erdulden? Das... Nein, so funktioniert das nicht. Hass ist... Wie gesagt, Hass ist keine Meinung. Ihr... Jedes Mal Hass ist keine Meinung. Trans-Hass ist keine Meinung. Aber wenn Betroffene Hass zeigen, dann ist das schon eine legitime Meinung. Da muss man das Privilegierte... Wer entscheidet, wer privilegiert ist? Wer entscheidet, wer betroffen ist? Wer entscheidet, wann, wer, welchen Hass zu dulden hat und wer nicht? Das ist einfach etwas, wo du drüber stehen musst. Das ist... Das ist bescheuert, weil... Nein, du musst dir nichts gefallen lassen von irgendwelchen Leuten, die irgendeine Scheiße labern über dich. Musst du nicht. Auch ein Gronkh. Und wenn der 100.000 Zuschauer Average hat und wenn der in jedem Gottverdammten Stream 250.000 Euro Gewinn macht, muss er nicht. Danke. Wenn du das nicht machst, dann... dann... dann führst du einen Konflikt auf dem Rücken von Marginalisierten. Das ist... Boah, bist du ein Ekeligen, ne? Man führt also, wenn ich mich jetzt nicht beleid... wenn ich mich jetzt einfach nicht beleidigen darfst und mich wäre, führe ich einen Konflikt auf den Rücken von Marginalisierten Gruppen? Bist du widerlich. Du instrumentalisierst genau diese Personengruppen, die wirklich Support benötigen für dein verkapptes faschistisches Gedankengut. Ekelig. Das ist dann ultimativ das, was passiert. Und das ist auch bei Rogos Legacy passiert. Da haben sich dann... Das habe ich auch gemacht. Da haben sich dann irgendwelche... irgendwelche Allies eingemischt und haben die Thematik größer gemacht als sie ist, haben den Fokus dann auf das Spielen des Videospiels gelenkt, haben dann eben die Gronkh angegangen und das Ganze eben nicht, um eigene Konsequenzen zu erfahren im... Ah, okay, da war. Ich muss es richtig lesen. Es tut mir leid. ...mein Fall, sondern auf dem Rücken von Betroffenen. Das ist fucking unnötig. Das hat auch nichts mit Solidarität zu tun. Ja, das habe ich aber auch gesagt, dass ihr eure merkwürdige, komische, verquerte Ideologie auf dem Rücken von Betroffenen auslebt und Leute, die wirklich Support benötigen, die sich einen Scheiß um irgendwelche Hogwarts-Legacy-Spiele kümmern, weil es die Lebensqualität weder einschränkt noch irgendwie Support oder sonst irgendwas, ganz egal, wie der Boykott ausgegangen wäre, null Einfluss auf die Lebensqualität eines Transmenschen. Und in dem Fall ist dann auch, selbst wenn man ungerecht... Ihr habt Hogwarts-Legacy dazu genutzt, dass ihr selber euch wieder mehr zum Zentrum einer Diskussion macht, die ihr gar nicht zu führen habt. Ah, ich bin erlei, ich bin... Ja, ich habe da nicht genug Empathie, aber ich verstehe das ja schon. Ihr habt euch eine goldene Nase ranverdient, weil ihr euch selbst ins Zentrum gestellt habt. Ihr musstet euch emporheben. Guckt mal hier, ich bin für die ganzen... Ich bin für den ganzen Support zuständig. Und Leute wie Finesse, die komplett unwissenschaftlichen Quatsch erzählen, die es nicht besser wissen, die nutzen das auch für sich. Und die Leute, die eigentlich, ne, gar nicht mal ganz so komplett lost sind im Kopf, die sagen, weil die ist denn jetzt Hogwarts-Legacy, was soll denn das? Ey, wir haben auf offener Straße Probleme. Wenn ich auf offener Straße als Transfrau, der noch keine geschlechtsanleichen, äh, die noch keine geschlechtsanleichen Operationen hatte, als noch äußerlich deutliche Merkmale eines Mannes habe, aber mich als Frau fühle und ich möchte als Frau leben und ich werde auf offener Straße beleidigt, angespuckt, ich werde ausgelacht, ich werde im Job benachteiligt und so weiter. Das ist, das sind Sachen, die sind auf der Straße, die passieren auf der Straße, in der Familie, bei Freunden, im Beruf, im Bus und Bahn, aber doch nicht irgendwo, ja, dann kriege ich den ganzen Tag diesen Scheiß ab, wenn ich Pech habe, dann setze ich mich am Sinn und denke, aber gut, dass Hogwarts-Legacy boykottiert haben. Mein Gott, was bin ich froh. Was würde es mir jetzt um ein wesentliches schlimmer gehen, hätten sie jetzt noch Hogwarts-Legacy durchgelassen? Was ist denn das bitte für ein Weltbild, was ihr habt? Und dann stellen sich diese Leute mit dir hin und sagen, ja, aber ich war ja dafür, dass man euch supportet wegen Hogwarts-Legacy. Dann denke ich mir, fuck you mit deinem Hogwarts-Legacy, komm auf die Straße, nehm ich da doch mal Feindschutz. Aber das ist so eine feige Sau, da kriegst du ja keine Klicks, da kriegst du ja kein Geld, da kriegst du kein Fame. Da müsstest du deinen Arsch bewegen. Wo ist da dein Support? Du Heuchler. Aber warum holen, wenn Gronkh dann dementsprechend Geld bekommt, Support bekommt, weil die Leute erkennen, was für vollkommene Schwachmaten ihr seid? Wenn fertig angegangen wird von Leuten, ist es dann oftmals das Schlaue, einfach die Fresse zu halten und es über sich ergehen zu lassen. Dann sei doch einmal im Leben schlau und halt die Fresse. Insbesondere, wenn es um solche Zuordnungen geht. Ja, aber so etwas kann man einfach nicht droppen. Was, dass Gronkh ziemlich rechts ist, oder was? Das ist doch erstmal total scheißegal. Also, was hat denn das für eine Auswirkung, wenn irgendjemand schreibt, Gronkh ist eh ziemlich rechts? Was hat denn das für Auswirkungen? Wie ist der radikale Demokrat? Ist der rechts, links oder was anderes? Das hört man doch am Namen schon. Radikaler Demokrat, der ist... Ein Autokrat ist das. Der hat sich verschrieben. Der hätte eigentlich nicht sagen müssen, radikaler Autokrat. Ein Demokrat ist... Das, was Dara macht, ist jenseits von dem, was man Demokratie nennt. Ziemlich rechts. Das sagt auch der Name schon. Also, wenn ich dich jetzt linksextrem nenne, ist das okay? Oh, ich werde neu dir, Brudi. Also, ich bin offen linksextrem. Also, linksextrem gewesen. Mittlerweile sitze ich nur noch vor dem PC und bringe andere Leute dazu, linksextrem zu sein. Aber für mich ist... Für mich ist linksextrem sein ein Kompliment. Offensichtlich... Gibt Ihnen einer mal irgendwie ein Leckerli dafür, dass er jetzt sagt, okay, das ist ein Kompliment. Ich deiner Logik nach. Ja, wie gesagt, also, ich habe kein Problem mit meinem eigenen politischen Weltbild. Ich bin da sehr... Ich gehe da sehr offen mit um. Jemand rechts, denn das hat keine Konsequenzen. Ja. Ich meine, jetzt haben wir hier ein Gronkh. Gronkh kennt jeder in der Community. Gronkh ist gefestigt. Gronkh hat Support. Gronkh hat eine Mauer. Da kommst du als kleiner Kack-Streamer von einem... von einem... Weiß nicht. Ja, ist der Dekadent und so weiter. Da kommt er halt nicht durch. Aber die ganze Scheiße macht ihr ja mit jedem, der Hogwarts Legacy spielt und der Schirioka kritisiert. Und gerade die Kleinen, die können sich nicht so wehren. Und dann kommen nämlich eure ganze Abschaumbubble. Und dann haben sie hier mal einen Meme, dann haben sie hier mal einen Tweet, dann geht das darum und darum und darum. Da kommen immer wieder Leute zu dir und sagen, sag mal, ich hab so viel über dich gehört. Stimmt das eigentlich? Das ist der Impact. Ein Gronkh kriegt ihr nicht klein. Und ich hab ein... also ein sehr linkes Weltbild. Dass die Bubble das Letzte ist und Personen wie Finesse sie unterstützen, die Fehlinfos verbreiten und Personen wie mich denunzieren, weil ich aufkläre, ist doch gewollt. Wenn ich selbst und Transpersonen mit allen Menschen gleich und hebe nicht jemanden auf ein höheres Podest. Ja, aber ganz genau, das brauchen die. Die brauchen diese Aufmerksamkeit. Sie müssen sich selber halt zum Zentrum der Diskussion machen. Für Klicks, für Reichweite, für Applaus, für, weiß ich nicht, für Selbstbestätigung, weil man halt tatsächlich so ein fragiles Ego hat, das abhängig ist von dem Applaus, den man kriegt im Internet. Ich habe schon die Kriterien in meinem Leben erfüllt, als linksextrem bezeichnet zu werden und die Polizei und meine Führungsakte sieht das auch so. Ja, fein. Fein. Du bist aktenkundig. Ja, super. Ey, hör mal. Ey, das ist bei jeder Bewerbung immer so ein Vorzeigeargument. Na, Mutter, hör mal. Ich habe hier Polizeiführungszeugnis und so weiter. Guck mal hier. Alter. Extremismus ist schlecht, egal in welche Richtung. Ja, dankeschön. Mit der Frage habe ich mich noch nie beschäftigt und das habe ich so auch noch nie gesehen. Danke, dass du mich hier bekehren konntest. Aber das hier als Bubble zu bezeichnen ist doch dann richtig. Ich halte Bubble für einen insane bescheuerten Begriff, weil damit nur versucht wird, irgendjemanden oder irgendetwas zu diskreditieren. Und das wird einem Karl gar nicht einfallen. Der Karl macht das nicht in Bubble. Der sagt einfach, du bist ein Neonazi. Sowas wollen wir nicht. Ich verstehe schon, warum der in Therapie ist, ne? Wenn du dich hinstellst und sagst, das kommt aus der Bubble, dann sagst du das ja nicht, um es zuzuordnen, sondern du sagst es, um es zu diskreditieren. Das sind alles Nazis. Alles fucking Neonazis. Alles Nazis. Und dann, ja, dann halte ich den Begriff als solches für eher schlecht. Ich sehe das hier, ich persönlich sehe das hier als Bubble, selbstverständlich. Klar. Hä? Also Bubbles mag er nicht, weil das soll einfach nur halt Mittel zum Zweck sein, aber das ist natürlich eine Bubble. Psch. Gott, im Himmel war das schlecht, ne? Ich sag halt euch, wie es ist. Das war super schlecht.